Guten Morgen! Oh Leute, ich bin so glücklich. Ich stehe jetzt auf um 7 Uhr morgens, mach mich fertig und fahre nach Düsseldorf zum Beyoncé-Konzert. Natürlich müssen wir ganz früh dahin und 13 Stunden wie richtige Fans warten. Heyo! Wir sind auf dem Weg zum Konzert. Einfach mal mega zu spät, zwei Stunden Stau. Aber dahin! Wir geben aber die Hoffnung auf die erste Reihe nicht auf. Wir gucken mal. Freunde von uns sind schon da. Dann gesellen wir uns zu unseren Freunden dazu und schauen mal, mit ganz viel Laufen und Däumchen drücken sind wir in der ersten Reihe. Wir sitzen hier. Sie kommen ja! Ach, sehr hilfvoll! Wir sitzen hier. Wir sitzen hier. Wir sitzen hier. Wir sind die Yeah, I got your heart, show you how much I hate you. Do you want to tell me? Wait, 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 let me explain it for you. I got your heart, show you how much I love you. I got your heart, show you how much I love you, show you how much I love you. I got your heart, show you how much I love you. I got your heart, show you how much I love you. I got your heart, show you how much I love you. I got your heart, show you how much I love you. I got your heart, show you how much I love you. I came to play. I got your heart, show you how much I love you. I got your heart, show you how much I love you. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god Please don't touch Talkin' a mess this night Talkin' you back, let me call you a cab Stendin' in the front yard Tellin' me how upset you But you're looking for a second Get some thinking I can replace the ball Oh my god, oh my god, oh my god I can't see you, I can't see you I can't see you Take it easy I can't see you 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 Danke. Oh my god! Oh my god! So ihr Lieben, ich bin jetzt zu Hause angekommen, nach dem Konzert. Es ist jetzt 1 Uhr nachts und ich habe mich vorbildlich abgeschminkt, gehe jetzt schlafen. Ich muss echt zugeben, ich bin richtig platt. Das Konzert war einfach mal wie erwartet Bombe. Aber ich bin so überwältigt und ich hoffe, ihr hattet Spaß, die Snapchat-Story zu schauen. Wenn ihr mir noch nicht auf Snapchat folgt, dann müsst ihr das spätestens jetzt tun. Ich verabschiede mich und sage Gute Nacht.